Hi meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich heute im Badezimmer. Und zwar möchte ich heute meine Pinsel waschen, weil es echt mal wieder an der Zeit ist. Und ja, alles was ich dazu brauche, ist einmal dieses Baby Shampoo. Meine Pinsel sehen nämlich mittlerweile alle so aus, so richtig schön braun und dunkel. Dann habe ich so ein Pinselbürstchen, also besser gesagt Egg Brush heißt es, oder Brush Egg. Und mein Präzisions-Ei. Und dann füllt ihr das Ganze mit Wasser voll. Anschließend schmeißt ihr das Ei einfach in den Becher und lasst es über Nacht einwirken. Und ja, dreht es einfach so ein bisschen, dass alle Seiten schön bedeckt werden. Bei dem Brush Egg müsst ihr, soweit ich weiß, und ich probiere das jetzt auch zum ersten Mal, einfach ein bisschen Baby Shampoo auf diese Rillen hier drauf geben und das mit Wasser befeuchten. und dann einfach den Pinsel darüber ziehen und ich probiere das Ganze jetzt einfach mal aus. Also wie man sehen kann, geht das schon echt richtig gut Farbe ab. Und dann sehen wir mal. So, ich habe das jetzt noch mit meinen anderen Pinseln gemacht und ich muss sagen, das klappt einfach so gut und ich bin von diesem Brush Egg auch wirklich richtig begeistert. Also an sich werden meine Pinsel ja schon immer ziemlich sauber durch das Baby Shampoo, aber dieses Brush Egg erleichtert es einfach nochmal um zehnfache und es geht einfach so schnell und es ist so ein schönes Ergebnis. Ich vergesse ja auch dann teilweise manchmal, wie meine Pinsel überhaupt in der Ursprungsfarbe aussahen und ja, ich bin auf jeden Fall positiv beeindruckt. So, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr eventuell Abo meines Kanals werdet, um somit auf dem Laufenden zu bleiben. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr eure Pinsel sauber macht, was ihr für eine Methode benutzt und ja, wenn ihr möchtet, verlinke ich euch diesen Brush Egg auch gerne unten in der Infobox und ja, das Baby Shampoo bekommt ihr ja überall bei dm, bei Müller und so weiter und ja. Und